Am Wochenende meldete sie sich auf ihrem Instagram-Account mit beunruhigenden Nachrichten aus einem Krankenhausbett. Wer ist auch schon mal mit Pferd zusammengestürzt? fragte sie ihre Follower in einem Post. Dazu veröffentlichte sie ein Video, in dem nicht nur zu sehen ist, wie sie samt Pferd nach einem Sprung zu Boden stürzt, sondern auch anschließende Szenen aus dem Krankenhaus. Shit happens, so Lara in der Beschreibung weiter. Sie habe jedoch noch Glück im Unglück gehabt. Sie selbst habe sowohl einen Helm als auch einen Rückenprotektor getragen, erklärte sie weiter. Beides hatte sie wohl vor Schlimmerem bewahrt. Und auch dem Pferd gehe es nach dem Sturz zum Glück gut. Welche Blessuren sie aber genau von dem Unfall davon getragen hat, dazu äußerte sich Lara nicht, die in dem Video unter anderem mit Halskrause zu sehen war. Nun weiß die Bauer-Sucht-Frau-Kandidatin einmal mehr, Gesundheit ist unbezahlbar. Von ihrer Community gab es dazu zahlreiche Genesungswünsche. Lara Nehring hatte 2021 als erste Kandidatin in der TV-Kuppelshow Bauer-Sucht-Frau nach einer Partnerin gesucht. Doch ihr Liebesglück fand sie schließlich erst nach den Dreharbeiten über einen Umweg. Denn ihre aktuelle Freundin hatte ebenfalls Laras TV-Aufruf gesehen, sich aber erst bei ihr gemeldet, als Lara bereits zwei andere Bewerberinnen auf ihren Hof eingeladen hatte. Als sich die beiden dann aber fernab der TV-Kameras trafen, funkte es sofort. Bereits in der Wiedersehensshow mit Moderatorin Inka Bause, 54, schwärmte Lara von ihrer neuen Liebe, für die sie sogar ihre Heimat im hohen Norden verlassen wollte. Ich habe die Untertitel von Sucht-Frau in der Mitte, 5, 4, finanziellte Whoa0. Dieology und seine Freunde von Sucht-Frau in der Mitte, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 10台, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 11, 13, 14, 14, 16, 16, 17, 19, 19, 20, 20, 20, 20. Vielen Dank.